jo und herzlich willkommen zu einer neuen folge live und ja wie man uns erkennen kann denke ich mal zumindest wenn man oben sich die leiste anschaut und auch die xp die wir gerade pro mob bekommen beziehungsweise wie sich der xp balken da verändert dürfte ein klar sein und wahrscheinlich schreibt ihren titel aber endlich mal ams angeschmissen nachdem ist 100 jahre lang angekündigt habe heute noch nicht so viel gemacht wie ich eigentlich vor hatte aber dafür habe ich den ganzen anderen schritt gemacht den ich noch über das wochenende hätte machen müssen also ich habe gesagt ich muss ich nichts machen aber das also ich habe noch passbilder für den schüler ausweis gebraucht muss ich noch machen lassen und so weiter und so fort und dann vorhin noch ein bisschen was anderes gezockt und dann ja ich meine es ist zwar erst 0 16 aber ihr kennt mich freitags bin ich meistens nicht so ultra fit deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht sehr viel länger sein also wenn die stunde hier weg leveln und dann war es eigentlich auch für heute aber ich denke mal so 84 bis 85 müsste eigentlich locker drin sein also 84 garantiert 85 sollte es eigentlich auch noch klappen vor allem weil die questies haben die watangas und danach müssen wir dann tatsächlich sogar questies farm gehen vorausgesetzt wir machen das also ich weiß noch nicht ganz ob es sich wirklich lohnt sich die zu holen wobei der vorteil ist wir brauchen antiquary und halt wüste ok gut beim letzten mal wüste naja die drop rate äh die mob dichte meine ich drop rate auch aber mob dichte ist ganz okay bei antiquary hingegen antiquary haben eine geile mob dichte die sind eigentlich ziemlich gut besiedelt also so in dark on 3 gehören die eigentlich mit zu meinen favorites eigentlich sind sogar die besten boo antiquary und halt alles in der wüste ja das sind eigentlich so die besten ähm also das dürfte nicht so schlimm werden und ja aber das ist ja dann erst für 87 also vielleicht machen wir dann einfach noch eine stunde wenn wir dann 88 sind also noch mal eine stunde dann morgen oder so dann wenn wir 88 sind holen wir uns die ganzen questies und dann machen wir easy 90 und dann am sonntag vielleicht noch 92 93 also 90 ist auf jeden fall das ziel ja wie gesagt ich setze mir echt keine ziele die ich erreichen muss ich sag mal 90 wäre cool wenn wir erreichen und damit kann man dann denke ich mal auch zufrieden sein sollte aber denke ich mal nicht alle ms dann sollten nicht alle ms dann weg sein denke ich mal also sollten dann auch so zehn übrig haben mindestens wenn wir maximal 90 werden und je nachdem wie viel höher sind es dann eben auch noch weniger ms aber einmal können wir eh nur 4 aktivieren weil wir haben nicht in der genaue anzahl ja haben wir die donation leute keine genaue anzahl donated so eine freche kapper nein natürlich nicht aber wir haben eh noch gold packages allerdings habe ich ja gesagt die würde ich eher verkaufen weil die frage ist die werden halt niemals was wert sein weil die invasionen ja die kommen ja mittlerweile häufiger als serverwartungen so ungefähr also die gold packages die werden niemals was wert sein auf keinem server der welt also ich meine die gewissen grundwert haben sie bei astrias abcats und emplies drin sind aber wenn es die zu häufig gibt dann weiß ich nicht kann man sie auch gleich selber benutzen aber die emplies werde ich vielleicht trotzdem verkaufen mal schauen das werden wir sehen und ja dann stream haben viele leute gefragt jetzt in den letzten zwei drei tagen gerade eben hat mich sogar einer auf englisch angeschrieben warum ich nicht streame beziehungsweise wann ich das nächste mal streame vielleicht morgen mal schauen eigentlich also heute auf jeden fall nicht also ja werdet ihr mitbekommen haben aber nein heute also freitags streame ich wahrscheinlich niemals einfach nur ihr kennt die begründung das sage ich schon seit ungefähr 20 jahren also seit ich das erste mal arbeite sage ich das und das war irgendwann 2015 ja wobei das habe ich auch früher in der rewe also also ich noch meinen teilzeitjob als kassierer hat habe ich das auch immer gesagt aber das ist doch einfach so keine ahnung jetzt ich weiß nicht also ja gut okay damit kann man es eigentlich ganz vergleichen weil ich da immer mittags aufgestanden bin damit ich zu arbeiten damit ich abends wieder gekommen aber trotzdem ist es einfach so keine ahnung ja manchmal hat man einfach keinen bock das kann man nicht erklären es ist nicht so dass man keinen bock hat zu zocken sondern es ist einfach man will einfach nur da sitzen und chillen ohne die ganze zeit zu reden zu müssen genau ja und wie gesagt wenn man müde ist macht es auch keinen spaß dann denke ich mal oder nicht so viel spaß oder mir macht es auf jeden fall keinen spaß ich meine ob es zuschauen spaß macht das weiß ich ja nicht aber das ist die andere frage aber egal auf jeden fall kommt da vielleicht was so oder so werden wir trotzdem sehr weit kommen ich denke wir bleiben jetzt auch einfach vermutet august eigentlich wollte ich gar nicht rüber gehen weil die noch ein bisschen zu hoch sind und wir haben das falsche ende auf den nacken weil ich mich frage ob sich das lohnt das immer zu wechseln naja gut wahrscheinlich schon weil es gar keine wasser mobs mehr kommen bis 109 aber naja stimmt eigentlich wird sich schon übelst lohnen aber naja gut das heißt übelst ja also ja machen wir halt 500 schaden mehr ungefähr so krass ist es nicht aber es gibt den die differenz ist greater jetzt hängt die da wieder fest diese Hure so öffnen wir auf jeden fall mal die keys wir haben wieder ein paar gedroppt damit wird es nicht wieder vergessen safe wichtig ich will ja meine pizzas haben davon habe ich nämlich erst 227 stück zwar nicht alle aus den kisten aber bleiben gleich scheiße wer hätte das gedacht hatte da habe ich die pizzas gekreut der ich habe 21 truhen und drei keys ist es oder vier keys gerade noch das ist ein scheißdreck einen einen fruit perfect einzel nicht 4 nicht 5 nicht 9 1 1 1 1 1 richtig sick da geht einem das herz vor freude über ich kann meine gefühle kaum in zaum halten 2 nicht 3 nicht 4 nicht 11 2 sick Okay. Und der Silberkey, ich sag, der gibt uns... Wartet, was sag ich? Verdammt, was war im Silberkey mal drin? Ich sag, er gibt uns neun Pizzas, neun Fruit Perfects und noch neun Fruit Sherbet. Oder irgendein anderes Food noch. Ich weiß nicht genau, ob Fruit Sherbet... Ja, doch, ich sag, also neun... Egal, ihr wisst, was ich gesagt hab. Wow, zweimal ein Fruit Sherbet. Zweimal nicht zwei. Nein, Spaß, ich hör damit auf. Aber ja, es ist halt so lächerlich. Also ich weiß nicht, früher ich hab das in Erinnerung, auf Clockbox hat man schon immer mal wieder NPC-Sachen bekommen. Also so scheiße, wie das hier abläuft, hab ich das nicht in Erinnerung. Ich hab ja ein einziges Mal was als NPC-Sachen bekommen und noch nie CS oder irgendwas anderes. Und von CS kann man eigentlich nicht reden, weil 99% der Sachen, die du da CS-technisch bekommst, also Cash-Arbeit im Zeit, ist Hundescheiße und wertlos und entweder segengebunden oder nicht für dein Level bestimmt, so wie diese dreckigen M's, die da drin sein können. Da kriegst du halt M's, die sind für 21 bis 40 bis auf Level 90. Also ich mein, was soll die Scheiße eigentlich? Also ja. Nur um hier mal... Oh! Oh, die droppen schon die neuen Boxen jetzt. Das ist natürlich... Das ist natürlich ärgerlich, weil jetzt haben wir 18 von denen und keine Schlüsse dafür. Schade. Da ist die Zeit der Fruit Perfects und der Pizzas. Ich sag das eigentlich eh falsch, ne? Weil das heißt ja Parfait, glaube ich. Also... Aber ist mir eigentlich gesagt scheißegal. Ähm... Aber ja, da ist die Zeit der Pizzas und der Fruit Parfaits vorbei. Dann können wir jetzt... Was kriegt man jetzt? Ice Cream Cake, Meat Salad und Star Candy, ist ja wahrscheinlich... Sick. Heftiges Upgrade. Lohnt sich auf jeden Fall dann 5 Stunden Feindschlüsse zu farmen. Das ist mal garantiert. Oh man. Ähm... Was mich sehr schockiert oder immer noch sehr schockiert, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, als wir das letzte Mal Upguts und Christmas Cake anhatten, aber ich... Boah... Keine Ahnung. Ist schon zu lang her. Aber auf jeden Fall, was mich schockiert hat, ist der Damage ist halt echt gar nicht gestiegen. Also wir sind, glaube ich, von 3600 auf 4400 ATK. Ich meine, sicherlich, es sind nur 30% mehr, aber... Keine Ahnung. Also der Damage ist halt... Also ich meine, nicht mal der ATK-Wert. Der ATK-Wert ist ja scheißegal. Es geht ja darum, was du siehst, ja. Also ob da jetzt 4400 oder 6800 ATK stehen, ist mir scheißegal. Mir geht es nur darum, was rauskommt, ja. Also der Wert der ATK ist ja eigentlich komplett sinnlos. Also nicht, weil darauf basiert dann Schaden. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich meine, es ist der Schaden, der angezeigt wird, der einen juckt. Und... Ja, der war... Der ist halt echt kaum gestiegen. Also wir haben vorher knappe 10K gemacht. Immer so 9,4, 9,5, 9,6 bei August. Jetzt glaube ich, habe ich die ganze Zeit BK hatten, dass ich hier die ganze Zeit rüberziehen muss, oder? Immer so 9,4, 9,5, manchmal 9,9. Habe ich auch ein paar Mal gesehen. Alter, was ist mit dem Baum, Mann? Ist der... Keine Ahnung. Ja, und dann, nachdem ich es reingeballert habe, okay, gut, 10K, 11K. Aber keine Ahnung, da rechnest du dann irgendwie schon mit mehr irgendwie. Hat sich auf jeden Fall nicht so heftig gelohnt, wie ich dachte. Das mit dem Element hätte ich Feuer machen müssen. Ich weiß allerdings nicht, was... Ähm... Was Prints für ein LR haben. Ich glaube, dass die auch Feuer sind. Das kann eigentlich nicht sein, weil ich glaube, es ist kein einziges anderes Mob... Also kein einziges anderes Element, außer Wasser zweimal hintereinander. Aber irgendwie verwirte ich gerade mein linkes Ei drauf. Oh, ich verwirte dieses Ei hier drauf. Dass die Feuer sind. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich denke ich nur dran, weil sie rot sind. Oder nee, ich glaube, die sind Wind, oder? Oder nee, Kings sind Wind? Fuck, Mann. Müssten wir jetzt noch mal kurz zu August gehen, weil da hinten sind ja auch Prints. Könnten wir machen, weil da ist eh so ein anderer Schnörpfel hier. Ich glaube, der steht zwar noch auf Karom, er bewegt sich nicht, aber mit anderen Schnörpfeln wollen wir uns die Mobs nicht teilen. Sorry, falls du die Videos schaust, dann bist du natürlich kein Schnörpfel, aber du weißt natürlich, was ich genau meine. Ich glaube, ich kenne nicht eine Person, die sich freut, wenn jemand anderes am gleichen Spot, äh, Spawn, Spot, da habe ich jetzt mal ein Wort draus gemacht, am gleichen Ort level. Also ich glaube, das mag einfach niemand. Ob es jetzt ein Tank ist, ob es jetzt ein Ranger ist, scheißegal, man mag es einfach nicht. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so von früher, von Devos, wo niemand da war, wo ich immer jeden Tag, Auge coole, Channel 1, Astria, Channel 1 normal, immer für mich alleine hatte, weil da einfach kein Schwein gespielt hat, gefühlt, oder zumindest haben wenige Leute gelevelt. Ähm, das war noch Zeit, ey, also da war sowas wie Mobs teilen oder Channel wechseln, wegen zu vielen Leuten bei einem Mobber, das waren da keine Probleme. Da waren eher die Probleme, dass du keine Party gefunden hast, aber das ist jetzt zum Glück kein Problem, wobei eigentlich schon, weil der hat unlimited Punkte und deckt die Skills auf 5 Minuten, Alter. Richtiger, richtiger Larry. Mein gut, jetzt machen wir natürlich noch mal mehr Schaden, weil wir Level Up hatten, aber, na gut, die 13k, habe ich jetzt auch noch einmal gesehen, oder ist das jetzt immer so? Na, 13k, kommt schon immer. 10k ist dann schon das Minimum, jetzt so ungefähr, und 13k das Maximum. Ja, ist nicht schlecht, kann man mit arbeiten, aber gut, ich meine, jetzt sind wir auch noch ein Level unter denen, also ich meine, wäre es ein bisschen peinlich, wenn wir nicht so viel Schaden machen würden, mit Upcut und mit Christmas Cake aktiviert. Also auf jeden Fall nochmal Danke an alle, die mir Power-Ups, Amplies und so weiter donated haben, also richtig nice. Vor allem, na gut, okay, die Christmas Cakes gab es ja beim Event, beim, na gut, okay, die Power-Ups und die Amplies gab es auch bei einem Event, beim Secret Drop Event, aber die Amplies gab es ja beim Weihnachtsevent und da habe ich ja noch nicht gespielt, also schon, aber halt nicht hier. Genau, so, jetzt schauen wir uns kurz an, was für einen LL Prince haben, oder LL bin wir einfach gleich bei Prince. Jo moin. Kann man safe machen, aber nicht mit diesem Equip. Genau, das Einzige, was mir vielleicht Sorgen bereitet, ist das Inventar, weiß nicht, weil die andere dürfte nicht relativ leer sein. Ah ja, stimmt, da fällt mir noch was ein. Die sind, die sind Blitz? Da wäre ich meinen Lebtag nicht drauf gekommen. Ich war jetzt echt so voll fest auf Feuer oder Wind, aber dann sind King's Wind. Gibt es denn überhaupt jedes Element? Moment. Yeti sind Stein oder Erde, dann Wasser, Wasser, Feuer, Blitz und Wind. Ja doch, gibt alle. Und Cannibals haben keins und Mammuts sind wieder Wasser. Also es gibt dreimal Wasser, einmal Feuer, einmal Blitz, einmal Wind. Oder einmal Stein. Ja. Oder Erde. Voll unfair. Aber Wasser ergibt auch irgendwie mehr Sinn. Ich meine gut, bei Mammuts jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja doch, bei August ergibt es schon echt ziemlich viel Sinn, weil die Viecher sehen ja aus, als wären sie gerade aus irgendeinem Wasser gekrochen, das leicht radioaktiv verseucht war. Äh, 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 na gut, bei Yetis, na ja, ich mach's bei Yetis genauso wenig Sinn wie Mammuts. Weil der Unterschied ist, Mammuts gab's tatsächlich mal, also im Real Life, und Yetis nicht. Oder? Jetzt fangen wir hier so eine Diskussion an. Nein, ähm, ja, das ist, äh, oh, nein, jetzt hab ich die Leiste verschoben. RIP, RIP, RIP. Wenn du einen Mob tötest, und die Leiste hier in der Hand hast, quasi, also am Mauszeiger, dann, und das Mob dann stirbt, dann landet die Leiste immer ganz links, das ist voll behindert. Weiß ich auch nicht, was der Scheiß eigentlich soll. Manche Macken hat das Spiel, die verstehe ich nie, werde ich nie verstehen, meine ich natürlich. Patient Neglect, auch Safe und Gelder Drop. Aber ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wegen dem Set, das ist mega problematisch, dass ich keine Maske hatte, weil irgendwie wird es kein Schwein haben, ohne Maske, also, das ist, also, bis ja jeder, der auch nur ansatzweise Interesse gezeigt hat, oder auch nur an, oder auch nur irgendwie gefragt hat, ja, was ist denn eigentlich der Preis? Und so, die Folgefrage war immer, also, ich hab immer so gesagt, ja, was offerst du denn? Der so, ja, wo ist denn die Maske? Richtige Huren, ey. Das ist, das wird, glaube ich, gar nicht mehr so einfach, das loszuwerden. Ich dachte, das ist eigentlich relativ, also, dass es nicht sofort weg geht und ich ein paar Tage stehen muss, okay, aber, dass die Maske so ein großes Problem sein würde, hätte ich nicht gedacht, aber, verständlich, weil ich meine, warum willst du dir ein Set kaufen, ohne Maske? Ich meine, das ergibt natürlich wenig Sinn. Andererseits ergibt es so viel Sinn, das Doppelte an V-Coins zu zahlen, nur um die Maske zu bekommen, weil den Glock wirfst du dann quasi in den Mülleimer, beziehungsweise skinsst ihn halt, oder verkaufst ihn dann irgendeinem anderen, der einen Skin will. Oh, wir müssen unser Zeug wieder anmachen. Ähm, ja, deswegen, wow, jetzt spammt er hier, aber jetzt geht's los, jetzt, wow, 40 Minuten gleich, ein richtiger, richtiger Gangster. Nein, Spaß. Aber, mit Unlimited Scores pushen die eigentlich immer viel krasser, die Party Skills. Also, also, 5 Minuten fand ich schon komisch, also das, aber ich dachte auch, dass jemand anders nie hätte, aber hat er tatsächlich keinen. Ne, aber normalerweise pushen die immer viel krasser. Ich, ich auch, also wenn ich unlimitiert habe, dann mache ich auch immer mindestens so 2, 3 Stunden, einfach nur, dass es, wenn man mal AFK geht oder so, dass die Skillset nicht auslaufen. Ähm, aber jo. Andererseits, es ist auch nicht so cool, wenn die so hart spammen, und dann die ganze Zeit, äh, die Meldung kommt, und dir das ganze Spiel zum Laggen bringt, oder zum Abstürzen bringt, so ungefähr, das ist auch nicht cool. Das ist, ich weiß gar nicht, kann man dadurch deced werden? Wahrscheinlich nicht. Ja, wobei, wenn ein scheiß PC ist, safe, oder naja, gut, deced vielleicht nicht, aber dann bleibt der nächste erst mal so lang stehen, wie der Skills spammt. Ja, das ist natürlich unlucky, wenn das passiert. Naja. Aber ja, wir kommen eigentlich ganz gut voran, also 85 sollte man schaffen, ich weiß nicht, die Questies würde ich halt eigentlich, hätte ich eigentlich wieder gerne im Video abgegeben, keine Ahnung. Nicht so als Beweis, ja, ich hab's mir wirklich abgegeben, ich meine, ich denke mal, das ist eben klar, dass ich sie abgebe, und nicht zu Petfood mache, würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Vor allem kriege ich ziemlich sicher mehr, naja gut, okay, mehr Geld nicht, also Geld kriege ich nicht mehr, wenn ich's abgebe, weil da kriegt man, ja, aktuell wahrscheinlich so 300.000 bei den 80er Quests knapp, ich glaube, im letzten Mal mit 290.000, oder so bekommen, Penja. aber ich sag mal, 20% in, ja, Geld, auf dem Server hier umgerechnet sind, so, ja, 5 Mio mindestens, denk mal schon. Also, man kann XP nicht in Penja umrechnen, aber wenn man jetzt halt den Aufwand betrachten würde, und das, was du beim Levelend droppen würdest, beziehungsweise, ja, ergibt irgendwie keinen Sinn, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine, also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, werden wir sie auf jeden Fall abgeben. Genau. Aber nicht mehr in diesem Video, denn, es ist spät, und, ich bin ein bisschen mad, weil ich hab Smackdown verpasst, deswegen, und diese Wichser laden die Folgen nicht mehr hoch, ey. Die haben einfach aufgehört, die Folgen hochzuladen. Das ist so, what the fuck, Alter. Laden von jedem Scheiß, von, was weiß ich, was für Drecksendungen laden sie die Scheißfolgen bei Pro 7 Max auf die Website, aber nein, bei Smackdown haben sie am 4. November aufgehört, die Arschlöcher, richtig, richtig miese Scheiße. Und weißt du, dann haben sie einen Livestream, ja, dann denke ich mir so, oi, dann neist man die, die streamen das im Internet, und du kannst es dir anschauen. Ja, es ist live, Livestream, also ein Livestream, wo du nicht zurückspulen kannst. Ich meine natürlich, aber es gibt ja zum Beispiel auf Twitch, wenn du den Stream einfach öffnest, und dann quasi auf letzte Übertragung quasi gehst, dann kannst du dir anschauen, während es eigentlich noch läuft quasi, also das, was davor war. Also das ist für mich auch irgendwo so der Sinn von einem Livestream, dass man sich verpasste Szenen nochmal anschauen kann. Natürlich ist es live, aber es ist halt quasi nicht ein Livestream, sondern es ist einfach nur der Fernsehen, also es ist wirklich das Fernsehen im PC, also es ist einfach genau das Gleiche. Das ist ziemlich beendet. Also ich weiß nicht, ob da die Werbung auch kam, weil so lange habe ich es mir nicht angeschaut, aber wahrscheinlich. Tja, das ist natürlich ziemlich unlucky. Jetzt fragt ihr euch, wer schaut sich SmackDown 2017 an? Was hat zwei Daumen und ein cooles Schild? That's right! Und damit verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal, macht's gut, das rein, danke fürs Entscheiden, und tschau tschau! Wäh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.